Themenreihe FreePBX 15 Asterisk 16 Teil 6.2 Userfragen Wartemusik statt klingeln Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Rubrik Userfragen. Ein User hat gefragt, wie muss man es einstellen, damit man als Anrufer Wartemusik hört und nicht das Klingelzeichen. Wenn Sie auch wissen wollen, wie das funktioniert, dann bleiben Sie einfach dran. Ich werde das gleich erläutern. Was wird benötigt? Um diesen Teil umzusetzen, benötigen wir eine FreePBX konfiguriert nach Teil 1 bis Teil 3. Und Teil 4.15 sollte zumindest vorher angesehen werden, denn ich beziehe mich hier auf bestimmte Kenntnisse, die im Teil 4.15 vermittelt werden. Um Wartemusik abzuspielen, statt dem Klingelzeichen, muss man natürlich erst einmal Wartemusik haben. Wartemusik wird verwaltet hier in der FreePBX Verwaltungsoberfläche unter Einstellungen Musik beim Halten. Das habe ich im Teil 4.15 schon ausführlich erläutert. Also wer da genau wissen will, wie das funktioniert, bitte Teil 4.15 anschauen. Wir gucken jetzt nur mal kurz rein. So, man hat also hier den Default-Eintrag. Der ist immer drin. Und in diesem Default-Eintrag befinden sich jetzt hier mehrere Sound-Dateien, die nacheinander abgespielt werden, wenn man lang genug in der Warteschleife bleibt. Die sind einem unbenommen, das heißt also, die kann man jederzeit verwenden und kann die eben auch anstelle eines Klingelzeichens abspielen. Für den Fall, dass man eigene Wartemusik dafür verwenden will, die man anstelle des Klingelzeichens abspielt, muss man natürlich auch eigene Wartemusik hier drin speichern. Das heißt also, ich habe hier zum Beispiel mal unter CSG mir eine eigene Sound-Datei als eigene Wartemusik abgespeichert. Und diese Wartemusik, die wollen wir als nächstes auch mal verwenden. Damit der Anrufer jetzt Wartemusik statt des Klingelzeichens hört, muss man Klingelgruppen verwenden. Das geht also nur über Klingelgruppen. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Da gehen wir also hier in die Klingelgruppen rein. Ich habe ja hier aus den vorherigen Teilen noch eine Klingelgruppe da. Das ist die 85 mit der Durchwahl. Und hier in den Klingelgruppen findet man die Rubrik Warteschleifmusik abspielen. Und da steht standardmäßig drin Klingeln. Das heißt also, wer die Durchwahl 85 anruft, hört ein Klingelzeichen. Jetzt hat man hier aber auch die Option, eben meine Warteschleifmusik CSG abzuspielen oder die Standardwarteschleifmusik. Ich nehme mal hier meine Warteschleifmusik CSG. Das stelle ich jetzt hier ein, sende ab und sage nochmal Apply Config, um die Konfiguration neu zu laden. Und dann werde ich die Durchwahl 85 von meinem Handy aus anrufen. Und wir schauen mal, ob wir diese Warteschleifmusik hören anstelle des Klingelzeichens. Dann holen wir uns mal hier mein Handy und mein Softphone hoch. Und von dem Handy rufe ich jetzt über das Mobilfunknetz die 85 an. Und wir wollen mal schauen, ob wir diese Warteschleifmusik jetzt hören. So, und jetzt die 85. Ja, und Sie haben gehört, die Warteschleifmusik wird abgespielt. Das Klingelzeichen, was Sie zwischendurch gehört haben, das war nicht das Klingelzeichen, was der Anrufer hört, sondern das war das Klingelzeichen meines Softphones, was hier aus den Lautsprechern kam. Das hören wir natürlich zwangsläufig mit, weil ich ja beide Telefone hier direkt am Arbeitsplatz habe. Ja, das war es auch schon wieder. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann bitte wie immer einen Daumen hoch. Unten rechts finden Sie auch wie immer den Link zum Abonnieren meines Kanals und unten links einen Link zur Playlist mit allen weiteren Videos zur FreePWX. Dann bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und auf Wiedersehen.